Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Und heute reden wir über einen guten alten Bekannten aus der deutschen Bundesliga, nämlich über den Österreicher Slatko Junuzovic. Der wird nämlich momentan mit einem Comeback bei Werder in die Gespräche gebracht. Ob dieser Deal überhaupt Sinn machen würde und ob ein 34-jähriger Slatko Junuzovic noch Platz finden würde in diesem Werder-Kader, besprechen wir alles in diesem Video. Und falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr euch gerne eine Bewertung da lassen, den Kanal auch abonnieren und schreibt mal gleich eure ersten Eindrücke und Einschätzungen zu diesem möglichen Deal in die Kommentare rein. Also Junuzovic und Bremen, da klingelt ja einiges, denn der ehemalige Werder-Kapitän war ja eine ganze Zeit lang in Deutschland, in der deutschen Bundesliga, für Werder tätig, hat dort immer wieder Traumfreistoßtore geschossen und war generell bei den Fans sehr, sehr beliebt, auch ein sehr, sehr guter Charakter in der Kabine und hat dort wirklich auch eine Ära geprägt. Nun soll der 34-jährige zentrale Mittelfeldspiel eventuell mit einem Werder-Comeback liebäugeln, denn wie die meisten vielleicht auch schon wissen, ist Slatko Junuzovic bei seinem aktuellen Verein Red Bull Salzburg ab nächster Saison nicht mehr tätig, denn sein Vertrag wird nicht mehr verlängert, das heißt ab dem Sommer ist er zu haben. Und da ist es natürlich ganz offensichtlich, dass viele Werder-Fans und auch viele Beobachter davon träumen, dass Slatko Junuzovic nochmal ein Comeback bei Werder anstrebt, jetzt wo er noch spielt und einiges zu geben hat und vielleicht auch in die deutsche Bundesliga mitwechselt, denn Werder ist ja momentan mitten im Aufstiegskampf. Zu der Frage, ob sich Slatko Junuzovic ein Werder-Comeback vorstellen kann, hat er folgendes gesagt, Es ist alles möglich, auch wenn es derzeit noch nichts Konkretes gibt. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie besprechen, was das Beste für uns und unsere zwei Kinder ist. Ausschließend werde ich nichts, ich lasse mir Zeit und wir werden sehen, was am Ende passiert. Die Antwort gibt natürlich noch nicht sehr viel über seinen Wegpreis, denn es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wo er hinwechseln könnte. Er könnte in Österreich bleiben, nochmal nach Deutschland wechseln oder einen ganz anderen Weg einschlagen, vielleicht auch nochmal in die USA, um dort noch einen etwas anderen Karriereweg einzuschlagen. Auf jeden Fall muss man hier auch etwas auf die Euphorie-Bremse steigen, denn auch wenn Junuzovic natürlich Erfahrung mit Bremen hat, langen Zeitraum gespielt, ist natürlich noch nichts Fixes, aber momentan ist er verfügbar und er könnte Bremen meiner Meinung nach gut helfen. Zumindest in Sachen Erfahrung und auch vor allem für Standardsituationen, denn Slatko Junuzovic ist natürlich nicht mehr der schnellste, er ist 34 Jahre alt, hat natürlich auch schnell etwas abgebaut, aber trotzdem in der Zeit bei Salzburg war gespielt, hat immer wieder ein sehr, sehr guter Spiel, hat auch einmal ein Traum. Tor geschossen gegen Rapid in der österreichischen Bundesliga und ist immer wieder gut für solche Tore. Also Junuzovic ist auf jeden Fall jemand, der noch immer sehr viel zu geben hat und vor allem auch mit seinen fußballerischen Qualitäten jede Mannschaft bereichern kann. Man muss sich natürlich nur fragen, passt das momentan zur Werder-Philosophie, die ja unter dem neuen Trainer Oli Werner jetzt endlich mal wieder eine positive Phase haben, an attraktiven Fußballspielen und sogar einer der wahrscheinlichsten Kandidaten dafür sind, in die deutsche Bundesliga aufzusteigen. Passt das mit Slatko Junuzovic? Nun ja, es ist eine Frage, die natürlich nur Oli Werner und Frank Baumann beantworten können, aber grundsätzlich ist der Weg bei Werder momentan eher in Richtung junge Spieler mit Schmied und Schmied logischerweise und auch generell mehr ein etwas authentischer Weg, das heißt, dass man mehr auf Jugend setzt, mehr auf Spieler, die vielleicht schon länger beim Verein sind und ob dann Junuzovic reinpasst, ist die Frage. Da heißt es einfach abwarten und schauen, wie sich das noch entwickelt. Man kann es auf jeden Fall nicht ausschließen und die Werder-Fans auf Twitter und sozialen Medien waren auf jeden Fall schon recht euphorisch von dem Gedankengang, dass Junuzovic hier vielleicht zurückkehren könnte. Manche haben auch gesagt, nein, man muss auch die Vergangenheit noch irgendwie, weil jetzt in der Vergangenheit lassen sozusagen und Junuzovic war wirklich ein super Spieler, aber es braucht jetzt eine neue Generation. Was ist eure Meinung zu diesem Thema als Werder-Fan oder generell als Außenstehender? Glaubt ihr, eine Rückkehr von Slatko Njuzovic wäre gut für Werder oder denkt ihr, das wäre genau das Gegenteil? Gerne zu eurer Meinung mal in die Kommentare schreiben. Das war mein Video zum Transfergerücht von Slatko Njuzovic zu Werder Bremen. Wie schon erwähnt, schreibt eure Meinung zu diesem möglichen Deal in die Kommentare rein und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Auch gerne den Kanal abonnieren für mehr solcher Videos und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!